Kannst du, warum, warum Freunde, steht das außerhalb vom Haus? Heyo Leute und herzlich willkommen zurück zu die Sims 4 und wir gehen direkt hier, was ist denn das da unten? Das sieht aus wie, es sah gerade aus wie so eine Fabrik mit diesen Schränkdächern und so. Naja, das schönste Haus auf dieser Map ist logischerweise meins und hier ist letzte Folge ja John Cena und Skate, die leben jetzt hier zusammen. Aber ich spiele natürlich mit unserer Hauptfamilie, ansonsten wisst ihr, wenn ich mit der einen Familie spiele, altert die andere und wir haben da gar nichts mitbekommen. Und deswegen habe ich lieber so Nebencharaktere, mit denen man ab und zu was machen kann. Aber ich wollte hier noch kurz was gucken, ob hier bei Gameplay, Selbstständigkeit vollständig, herkömmliche Soziales, Selbstständigkeit für Wehren, automatisches, altern, gespielte Sims. Ah, guck mal hier, wenn ich keine Sims spiele, ah ok. Und dann kann ich hier einstellen, kurz, lang, normal, ich finde normal ist eigentlich in Ordnung. Das heißt, Sims, die ich nicht spiele, alter nicht. Aber das ist ja auch blöd, dann ist Skate irgendwann unendlich alt. Ich weiß nicht, was meint ihr, was soll ich hier ankreuzen? Ich lasse es erstmal noch so. Leere Häuser füllen, ah ok. Ja, ähm gut. Ich würde jetzt sagen, der gute Reh, wie ich sehe gerade, der hat Hunger und der will Spaß. Der soll jetzt erstmal eine Runde duschen gehen. Nach dem Duschen soll er aufs Klo gehen. Und dann soll er hier mit Isabel, oh wo ist denn Isabel? Ach, die ist noch auf der Arbeit, aber die kommt gleich nach Hause, so wie es aussieht. So, Reh, mach mal das, was ich dir gesagt habe. So, jetzt ist er duschen. Isabel müsste jetzt dann, sag mal, warum kommt denn die nicht nach Hause? Die hat auch hier bis 3 Uhr, muss die arbeiten. Es ist schon 3 Uhr vorbei. Sag mal, Isabel, warum ist die so lange auf der Arbeit? Das wundert mich jetzt, um ehrlich zu sein. So, er muss um 8 Uhr in die Schule. Mit dem wollte ich eigentlich noch ins Fitnessstudio. Oh, hier, Annika, du musst auf Toilette. Ja, dann renn mal, renn mal zügig hier, let's go. So, was ist hier? Morgen, Übelkeit, in Ordnung, akzeptiere ich voll und ganz. So, jetzt ist er nach Hause gekommen, aber ein bisschen arg spät und hat nur 36 Dingens mit nach Hause gebracht. Okay. Das ist natürlich schäbig. Äh, so. So, und wenn Rewi geduscht hat, dann soll der, ach, hat er sich jetzt in der Dusche, er hat in die Dusche gepisst. 100 Pro, da wette ich drum, weil das hier war ganz weit unten, ne? Und jetzt ist es wieder voll. Der hat in die Dusche gepisst. Er pisst in die Dusche. WTF. Oh mein Gott. So, und jetzt kannst du hier, äh, nee, halt. So, du willst schlafen. Du gehst jetzt hier hin und machst einfach mal Techtelmechtel mit deiner Liebsten noch. Dann geht hier der Spaß nach oben und dann kannst du direkt schlafen gehen. So, geh zu Isabel. So, hier läuft unser Trampeltier. So, ja, du musst, rede mit ihr, ne? Rede mit ihr, Frodo, du könntest das Bild hier verkaufen, ne? Geht das? Äh, Ansammler verkaufen, genau. So, okay, die beiden werden jetzt Spaß haben. Dann kann Rewi dann nämlich direkt schlafen. Und, äh, Marc, bevor du, äh, Frodo, ach Mensch, mit den ganzen Namen komme ich durch. So, du machst ein Nickerchen, bevor du in die Schule gehst. So, und ihr beide habt jetzt Spaß. Ja, ne? So, nebendran liegt das Baby. Oh, 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 oh. Ja, das Baby denkt sich jetzt, also Kevin denkt sich jetzt bestimmt, was sind das für Geräusche da? Was machen Mama und Papa? Ja, das, äh, frage ich mich manchmal auch, was, äh, die da unter der Bettdecke wohl machen. So. Du bist gerade am Essen, so wie es aussieht, meine Gute. Und, äh, dann bräuchtest du Schlaf, so wie es aussieht. Du gehst aber davor einfach eine Runde duschen und dann gehst du nochmal schlafen. Hier, neben Marc, der pennt ja auch gerade. So. Ja, ne, äh, äh, war gutes Techtelmechtel? War es in Ordnung, Rewi? Ah, hier, der ist freudig überrascht. Und sie auch. Und sie sind glücklich wegen dem neuen Baby, wegen Kevin. So, du kannst ja mal mit dem Baby reden, liebe Isabel. Äh, dich ein bisschen drum kümmern. Und, ja, dann kannst du dir was zu essen machen. Vielleicht räumst du einfach auch mal den Tisch auf und dann kannst du... Warum? Warum, Freunde, steht das außerhalb vom Haus? Hä? Leute, was ist das? Was soll das sein? Warum ist das da? Naja, egal. So. Sie räumt das jetzt auf. Okay, sie läuft extra einen sehr langen Weg. Alles gut. So, dann machst du hier dir auf jeden Fall was zu essen. Eine schnelle Mahlzeit. Cerealien sind immer gut. Ach, warum räumt sie denn nicht gleich alles weg? Mensch, manche Sims sind einfach strunstumm. So, okay, der hat sein Nickerchen immer noch. Ah, okay, der macht immer noch sein Nickerchen. Dann soll er auch hier auf jeden Fall Cerealien essen. Damit, ähm, das ist einfach sein Frühstück vor der Schule. Und, ups, nein. So. Frodo pennt gerade. Mit dem wollte ich eigentlich vorher noch ins Fitnessstudio. Und, äh, ja. So, warum, warum stellst du das hier ab, Isabel? Aufräumen. Hä? Was ist mit den Sims gerade los? Sind die ein bisschen dumm geworden? So. Genau. Okay, Geschirrspüler funktioniert. Nein, der ist kaputt. Reparier es mal, bitte. Du musst es reparieren. Nein, Isabel, du schaffst es. Komm. Reparieren. Du kriegst es hin. Pass aber auf, dass du keinen Stromschlag bekommst oder sonst irgendwas. Oh, oh, oh. Oh, oh. Du kriegst es hin. Ich glaube an dich, Isabel. Ja, du machst es gut. So, und danach sollst du bitte hier, ähm, frühstücken. Ach, oh. Sie hat jetzt erst die Fähigkeit erworben. Ich hoffe, sie kriegt keinen Stromschlag. Das wäre nämlich fatal. So. Frodo macht sich jetzt auch schön was zu essen. Was hat er denn hier? Ein Instrument spielen. Das möchte er gerne. Okay, er ist jetzt gerade am Essen. Ähm, äh, ja, er soll jetzt einfach schön weiter essen. So. Wann ist das repariert? Komm schon. Du machst es gut. Der Rest ist noch am Schlafen. Das ist auch gut. Ähm, Marc, wie sieht es denn bei dir aus? Oh, du hast mega Hunger. Ich geh mal dich wecken und du darfst hier, äh, Frühstück servieren. Und zwar Rührei. Und, äh, Isabel, nachdem du das gemacht hast, darfst du auch hier das da wegwerfen. Ich blünder da jetzt keine Teile oder sonst was. Kann man das hier eigentlich verbessern? Spielmaschine beladen, hä? Warum geht das nicht? Frodo muss in einer Stunde in der Schule sein. Mhm, 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 mhm. Das sieht, also ich finde, Frodo sieht cool aus. Er ist zwar fett, aber er ist cool. So. Bin mal gespannt, wie Kevin aussehen wird. Okay, jetzt wischt sie das auf. Oh, Kevin schreit. Revi und Kevin. Ein Traupper. Oh. Ja, so. Du musst einfach, was macht er denn? Ankuren. Jetzt redet er mit dem Kind. Vielleicht einfach Grimassen schneiden, Revi. Ja. Oh, das Kind denkt, ah, Hilfe! Oh nein! So. Oh, alles okay? Okay, dann tust du doch liebkosen, ne? Ja, 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 mhm. Ja, guck mal, Revi ist so ein toller Vater. Er macht das so gut, so. Schaukel doch das Kind. Ne, hüpfen mit dem Kind. Wirf's in die Luft. Am besten an die Decke. Am besten an die Decke. Komm schon. Und jetzt, Achtung. Ah, ne, der kann's nicht hochwerfen. Schade, er ist verspielt. Okay, was hast du denn? Mach mal einfach noch ein, äh, Nickerchen. Weil, äh, dein Schlaf ist ein bisschen weiter unten. Und, äh, wir werden hier dann, oder dort gehst du dann einfach duschen. So. Mark, wie sieht's bei dir aus? Du hast gerade Essen. Was ist hier los? Äh, liebestoll. Oh, seine Romantik ist... Schreit das Kind schon wieder? Revi, das Kind schreit! Oh, kümmert sich Isabel jetzt um das Kind? Nein, Frodo, komm. Geh dich mal kurz um das Kind kümmern. Nein, da musst du Arbeit. Irgendjemand muss sich um das Kind kümmern. Revi ist gerade duschen. Hör auf zu schreien, Kind. Kevin, sei still. Äh, keine Ahnung. Psst. Mach irgendwas. Windel wechseln. Äh, füttern. Revi, kümmere dich. Geh dich um Kevin. Kevin. Nein. Kevin schreit. Oh, Mann. So, ist alles gut. Ja. Dein Papa kümmert sich schon drum. Oh, nein. Kevin. Er will wahrscheinlich die Mama. Aber gut. So. Er wechselt jetzt die Windel. Das machst du gut, Revi. Ne? Und jetzt noch füttern. So. Genau. Toll macht ihr das. Richtig toll. Richtig toll. So. Ja. Das ist toll. Ne? So. Kann ich hier eigentlich Kevin auswählen? Ne. Aber ich kann Revi auswählen und hier mal auf Stammbaum klicken. Ach, okay. Ach, die sind noch gar nicht verheiratet. Oh, da muss der jetzt erstmal noch einen Antrag machen. Wo ist denn Isabel? Isabel, wo bist du? Du bist gerade hier. Okay. So. Ähm. Bei Romantik. Heiratsantrag machen. Let's go. Dann können wir nämlich demnächst die Hochzeit feiern. Dann. So. Genau. Mach mal einen Heiratsantrag. Oh, wie toll Sie sagt ja, oder? Nice So, und ich weiß ja nicht Oh, ja, ich weiß ja nicht Aber ich bin dafür Dass die beiden in Urlaub Zusammenfahren Oh, ja, küsst ihn doch einfach Oh, warte, küsst sie doch einfach Machen einen koketten Witz Oder irgendwas, das machst du eh voll oft Revier, so Mehr Auswahl Küssen, Verführer Einfach nur küssen, so Oh, Achtung, Achtung Mark, was machst du hier, Mark? Er will sich einfach dazugestellen Er freut sich Meine Schwester wird heiraten So, kannst du aber hier Keine Ahnung Was kann denn der noch machen? Romantik zu Revier Pass mal auf Oh Oh Revier und Mark Sollen sich Was, was machst du? Isabel, nein! Kohle im Klo Während einer kurzen Pause Entdeckt Frodo ein wenig Geld Auf dem Toilettenbecken Soll er es in den Spind einschließen? Er soll es sichern Soll ihn behalten Hallo, warum pennst du im Bett von Frodo? Mann, du hast dein eigenes Bett So Geh einfach hier schlafen Mensch Nicht bei Frodo im Bett Das hasse ich Sims können sich nicht wirklich an Regeln halten Kann das sein? Okay, hier unten Der braucht auch nochmal Schlaf Was muss er denn eigentlich machen? Für Arbeit Schach spielen So Rewe geht Schach spielen Spielen mit Ne, er spielt alleine Er spielt für sich alleine So Das Kind schläft auch Das ist gut Du musst schon wieder pissen Ach, Annika gibt es ja auch noch Die habe ich ja ganz vergessen In der heutigen Folge Kann das sein? Okay Okay So Das ist alles soweit in Ordnung Sie ist jetzt auf dem Klo Hier geht es gut Sie soll auch was essen So Da kannst du das hier essen Ein Gericht nehmen Genau Wir müssen irgendjemanden Keine Ahnung Die müssen mal dafür sorgen Dass es hier alles abgeräumt wird Und ja Also hier Das hier wird das Zimmer von Kevin Das steht auf jeden Fall fest Und Das wird toll Das wird toll So Genau So Man kann ja Mark hat ja gerade Der ist auf dem Hä? Er spült Und dann verwendet er es wieder Was? Achso Ja Okay Da hat die Annika wohl nicht richtig gespült Mensch Annika Ja So Ähm Was wollte ich denn jetzt machen? Verdammt Das habe ich es wieder vergessen Mark sollte irgendwas erledigen Achso Ja Der soll mal hier Was ist das? Achso Ähm 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 Mal auf ein Grundstück Und zwar zu Skate Und Ah Revi muss in der Stunde bei der Arbeit sein Das heißt die Sims kümmern sich jetzt um sich Und Mark stattet Hier der Familie Beziehungsweise der WG Skate und John Cena Einen Besuch ab Ne So Du suchst eine schnelle Methode Um Emotionen zu ändern Versuch es mit dem Teekocher Tee Magie Ja das merke ich mir mal So ist denn John Cena ist ja zu Hause Ach ne der ist gerade nicht zu Hause Schade So mit dem Wollte ich nämlich hier Äh Von Ihr seid ja Bros Ihr kennt euch ja schon Ewigkeiten Hier Unterhaltet euch mal wieder Ich will mal wieder was mit Skate unternehmen So Mark Du machst es Ja Ne So Ihr könnt eine Pro Umarmung machen Ne Jips Jips Jo Jo So Und du kannst ja auch vielleicht einfach mal Lustig Äh Über Mode scherzen Lol Ihr steht ineinander Was macht denn der Okay Was Hä Verstehe ich jetzt nicht Verstehe ich überhaupt nicht Kannst du mal fragen wie sein Tag war Jo Ähm Ich hab mir letztens die Zähne geputzt Und dabei ein Buch gelesen Und äh Das alles während dem Autofahren Oh da kommt ein Auto Oh Mark Pass auf Wärst fast umgefahren worden Ich bin letztens auf einer Bananenschale ausgerutscht Und dann Hatte ich keine Unterhose mehr an Die ist weggeflutscht Und zwar Ins Klo Hinein Ja Dann kam Alpaka Und hat meine Unterhose gefressen Ja Ja Das ist alles der Grund Warum ich mich Äh Nicht binden möchte Äh Okay So Und Leute Wir sind am Ende der Folge angekommen Daumen nach oben Wenn's euch gefallen hat Bis zum nächsten Mal Und tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal